Stimmt, wir waren hier. Habe ich mir schon markiert für heute. Ehre. Oh, es gibt bestimmt auch noch andere richtige Waffen. Aber wie gesagt, hier mache ich jetzt erstmal damit. Fühlt sich schon geistig. Dann können wir mal gucken, ob ich noch was anderes nehme. Warte mal, kann man. Innenseite weit. Ja. Oh. Okay, okay, okay. Ehre, Ehre, Ehre. Okay. Ist nicht aufgezeichnet. Was war das? Drex hat einen RT. Ja, Mann. Ähm. Was ist sonst alles hier? Nichts? Nichts. Wie soll ich das Fenster aufkommen? Hier riecht es auf einmal nach Grillen. Der Klapp ist ein bisschen spät gerade, um jetzt noch hier ordentlich hinabzugrillen. So richtig, wie es ist. Wait. Ach so, das ist die Höhle da. Ne, wir gehen erstmal hier hoch. Ich muss wieder bei der wahre Macht zeigen. Zeit, um die wahre Macht zu entfalten. Und vorher, ne, eigentlich nicht bei den peinlichen. Doch. Schneller, als du zaubern kannst, Bruder. Ich könnte da weitermachen, deswegen sieht das manchmal so scuffed aus. So geil, Digga. Oh, das ist doch der Boss von Sekiro. Das bin ich gar nicht. Was tolles? Oder war es das? Ratten. Ich brauche kein Mensch. Ah. Ich brauche eine Grace, brauche jeder Mensch. Oh, warte mal. Ich brauche einen Rattelsten, oder? Da habe ich mich da verguckt. Nee. Ich brauche eine Rattenjäger-Augen, du. Ich sehe auch nur Ratten. Überall, egal wo ich hingehe. Ratten. Mann, Mann, Mann. Ich glaube, ich gehe nur zur Kirche nochmal. Hier vorne, das Dorf, das bringt mir nichts. Ist ja nicht wirklich irgendwas. Ist nicht hier bei Nacht? Kommt hier dieser Dingsboss? Mal anders. Die können wir aber mal nachholen. Die habe ich ja im Kopf. Diese, ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Die haben wir ihr Schwert fliegen lassen. Ein Hit gemisst. Oh, oh. Schade. Was wollt ihr? Ach, eine Flamme kriegt mir her. Ich dachte, das ist doch. Und bringt nichts. So. Ich glaube, ich habe Schlaustrotter mit dem Drop-Up, oder? Gucken wir mal. Nox waren wir ja auch schon. Nox können wir auch machen. Aber erstmal machen wir hier unten. Anfänger-Area. Mäßig. Oh. Nein, 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 nein. Nee, nee. Nee, nee. Nicht anschreien. Jetzt wäre den ganzen Tag übernervt. Ich muss nicht mehr achten. Stimmt. Wollen wir weiter runter? Nee, wir müssen von der anderen Seite kommen, glaube ich. Hey, 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 hey. Ich werde immer bitte... jetzt was erstmal gefüttert weil die so böse sind warum noch ein bitte hier es ging hier irgendwo doch jetzt hier stirbt man hier sterben menschen und auf der anderen seite hey wie jetzt muss hier irgendwo weiter gehen geht immer irgendwo weiter ich glaube schaffen wir es da rüber nein schaffen wir nicht ich wollte es schwein schade ich will mal ganz kurz ja som mal ja ja Das ist gar kein Frust, nein, diese Bräscher, scheiße, ey. Ähm, wo bin ich denn überhaupt? Ach ja. Ich weiß wieder, was los ist. Den Boss. Ich weiß. Ich habe gerade überprüft, ob da wirklich kein Nachtboss ist, aber anscheinend nicht. Dann habe ich mich da geölt. Geölt. Okay. So, das war hier Gwonyx, dann können wir hier oben noch hin, ne? Wenn wir da noch nicht waren, ich weiß es nicht. Ist gefährlich hier aber, ne? Ist ja irgendwo so ein Jump-Tail. Oh, ach, hier, sag mal. Okay. Ich weiß halt nicht, ob mein Schlag den Sturzschade legiert. Ist ja crazy. Ich habe einen Luftschlag, wo ich mich zum nächsten Gegner nicht anvisiere, Porte. Ich denke jetzt schon, dass das möglich sein müsste, aber... Weiß ich nicht. Wie kommen wir denn hier wieder runter? Muss ich einfach runden zur Grace, he? Ist ja gigastressig. Oh, man. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich muss auch meinen Scheiß wiederholen, stimmt. Sind zwar nicht viel, aber ich weiß nicht, was ist es. Dattleston war ich hier nicht. Achso, das war einfach nur nicht weg. Okay. 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 Die andere Seite. Echt das? Alter, was ist denn dein Problem? Meine Güte, beruhig dich doch. Ich will mal gerade ganz kurz gucken. Wir gehen immer noch nicht. Wer... Noch einer, der Smoke. Reicht's jetzt? Hey, ist das unten? Nee, es ist von der Seite, oder nicht? Hey, wait, what the fuck? Oder ist das beim Drop-Off hängen geblieben? Das ist ja... Nein, das ist da jetzt drauf. Aber da kann man doch gar nicht runter. Hey, ich verstehe es noch nicht so ganz. Boah, ich habe den Eingang nicht gesehen. Aber das kann nicht sein, eigentlich. Och. So, weil dann... Gehen wir hier Richtung Dingsbrücke. Ich weiß nicht, ob das hier Richtung Brücke führt, aber wir gehen einfach mal in die Richtung. Oh ja. Actually. Cool. Grüß dich. Ja. So. Jetzt werden wir von hier aus da runter. Ja, ja, ja. Oder Brücke. Brücke runter, würde es dann weiterführen. Da sind wir ja noch nicht. Ja, dann machen wir jetzt erst mal das hier. Oh. Stimmt. Ich will noch ein bisschen slicen, Alter. So, slicen. Weißt du, wie es ist? Lass uns slicen. Nice. Und weg, meine Damen. Oh, ja, weg. Ganz easy. Bühne. Bühne ist da oben. Und die Söhne auch? Oder nur Hunde? Hunde. Mensch, weiß Blüten. Hier rumgiften. Gifttagli. Ah, ein Hundesohn. Und ein kleiner Hundesohn. Wow. Ist das gerade bei dir? Alter, mach mal kombo, mach mal kombo. Ja, oha. Machen wir mehr. Machen wir mehr. Machen wir. Oh. Jetzt drauf gelaufen Ich hab dir extra Zeit gelassen Und nur meine dritte Windows Also echt Hm Wird man den Leuten Schocks geben oder sowas Weißt du Nein Du Huse Oh Ey Ey Geht das wenn ich jetzt mal so Warte mal Ja er powert sich da aber wirklich hin Aber ich glaube er reißt dahin Also er läuft Hm Eben Der One schon Oh du bist so sexy Lass das doch mal hier Was ist denn los Wird geschissen Junge Mann Oh nein Ist das hier Ist das der Der Rückkehr Ne Wald aussieht Vielleicht werde ich geportet Mal gucken Ne Ach Hier kriegt man die Balliste Hallo 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 Ja Das war langsam mal hier ein bisschen runter Wo geht mir das Wo geht mir das Oh Was war daneben Er hat Angst Und deshalb habt ihr Angst Vor wem Vielleicht von mir Wissen nicht Keiner von euch hatte bisher mit eurem Affen gehören mal die Intelligenz zu wissen Dass es leider hier nicht im Vorteil gerade ist Aha Ihr auch nicht ne Dies ist eigentlich doch Und ich geh mich einfach hoch mit deren Leib und Seele Geht zwar erstmal In die Katakomben oder was auch immer das ist Müssen Katakomben oder so sein Das ist gar nichts hier Check ich bis heute nicht das Teil Ist einfach nur immer so einer der dir irgendwo zeigt So ja ich bin dann da lang gegangen Und bin ich so da lang gegangen Guck Und dann am Ende landest du halt bei einem Item Das du wahrscheinlich eh schon geholt hättest Oder er zeigt mir mal ne Höhle oder irgendwas Gucken Mach mal ein bisschen Gas hier Ist ja Ein bisschen anstrengender Ja und hier runter Ja und dann Noch weiter runter Sehe ich mich nicht Mach hier irgendwas Ist das die Höhle? Ja das ist die Höhle wo ich hin muss Ja die hätte ich auch nicht gefunden Bruder Aber dank dir Nein Mann Ist doch die ne Edgeland Ja ja Ich hab ja extra markiert den Hasen hier Okay vier lassen wir markiert Und danach müssen wir genau zu drei Da würde ich nochmal luschern Dann gehen wir luschern Irgendwie bei luschern Oh da oben Er ist gerade aufgelöst Was man gehört Danke für die Wegweisung Mein Junge Danke Ja ja Ich kenn die Höhle Da gibt's Rettelsten jetzt Genau Du auch Oh noch einer In der dunkle Dann müssen wir die Laterne mal anschmeißen Die können wir beim rausgehen dann holen die Ja da wird richtig sein denke ich mal Dann geben wir erst mal hier die Wände ab Hier gibt's noch einen Gang Ja Ich weiß solche Sachen So ein Step-Boss von mir hoffentlich Hier kann ich mir Hilfe rufen Das ist ein guter Platz Der Swag schon komplett da und wenn ich ein bisschen rumschlitze ist alles voller Blut Ja Ist er wieder oben Dann wissen wir ja wo es zum Boss geht Ich hau mich direkt wieder runter Entsorg Aha Dropoff Dropoff Ach ja Hab noch einen Zwischenstopp beim Dropoff eingelegt Wenn ich's halt einfach kann Tatsächlich Ah ja Da ist er doch Der Boss So Oh mein Junge Stimmt du bist es Oh man Boah du bist es Junge Immer noch kein Match Immer noch kein Match Immer noch kein Match Kein Match für das Beste Immer noch Kein Match für das Beste Okay raus hier Okay Was macht denn Bock Ich werde doch mal solche oder so Mal probieren Aber halt mordet Mal gucken was es da so cooles gibt Wokizashi gibt es ja aber da gibt es bestimmt noch andere coole Sachen Wie man mal gucken kann Gibt ja auch noch so richtige Overhauls Wo halt direkt auch ein Pack mit drin sind und so Aber ich will halt kein Overhaul Ich will einfach nur das Spiel normal weiterspielen Und nicht halt unbedingt jeden Boss drei oder mal stärker machen oder so Da bringen wir nicht viel Hier einfach nur normales NG Plus spielen Degenbogenstein Ähm Aber halt mit dem Motto Brems Bock der Meisten Hä War er das hier Hat er mir Ne das war nicht er ne 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 Doch Doch das war er Fuck So lange hat er gebraucht um da runter zu kommen Ist doch ein bisschen anstrengend Ich will mein Leben wieder Nöten Hier Nichts Ich lasse mir fast Da hinten Ok Sonst hier irgendwas an der Ruine noch Nö Ok Hier mal ein bisschen äh Hier vorne noch rein Ah grüße Schreit hier rum Junge Verrückt dich verdammte Kack War nicht ne Tür irgendwo Wann immer Ist die Torrent Werden wir das mal kurz Aha Ich sag's doch Wird jetzt Zellen gefoltert oder? Nö Schild der Schuldigen In diesem richtigen Raum war ich da noch gar nicht Der ist doch da vorne Ok Dann ähm Danke für die milden Gaben War ich nicht noch? Genau Hier war doch noch Ah ne Da könnte man durchgucken Oder es zerstören lassen Ich weiß nicht vielleicht kommt es doch selber zerstören Durch so richtig destruktive Zauber Aber Achja sie Ich schlitz das mal in einer kleinen Scheißfücher Ich hoffe das dann bestanden ist für Oh wow das ging ja komplett daneben Einer lebt noch oder? Noch zwei Einer? Oh Hier ist Er ist sie gedreht Du willst mein neuer Challenger sein ja? Ok Machen wir mal Ich dachte mir fast Was so endet Hätte ich dir aber auch ehrlich gesagt vorher sagen Was hat so endet? Zur 1 Zur 1 Was ist das? Ach hier Komm hoch spring Was soll der scheiß? Soll der witzig sein? Oder warum kommt der aus dem Boden? Überpeinlich Ich drehe hier kurz mal hoch Wo? Ok Jetzt bin ich wo? Ach hier Bei dem Übergang wieder Bei der anderen Seite der Brücke Ja ok Du hast doch verstanden Ich muss aber fassen zu der Höhle Hallo ich bin's wieder Nein 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 Ich bin's doch nicht Haha warte mal Na ja jetzt Ich darf ja noch nicht springen Jetzt darf ich springen Jump ich direkt wieder hoch Und hier runter Würde ich nicht überleben Stimmt der einfach Dann seh ich mich nicht so Aber ich bin doch Ne ich bin falsch Ich will grad sagen im underground hier Hier liegen so viele Runen immer noch rum Hab ich voll vergessen Wenn man so viel Geld auch nebenher einfach kriegt Wenn man einfach nur jedes Mal mit Taunen drüber läuft Und instant aufnimmt Naja hast du gar keine Sorgen mit diesen Einsern So viele davon Wird wahrscheinlich nichts krasses sein Ne aber ist da nicht ein Irgendwo hier ist doch ein Ach ja ja ne Was auch Leinesdorf heißt Moment ich Und ja das ist richtig Wir gönnen das Röhnchen Na hier ist ja gar nichts Hier gar nicht wieder springen Mhm 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 Da ist ne Höhle wa Oder ne Mine Wär richtig Okay warte da Kann man dann auch hoch an der Seite Was ist denn? Mann Geben wir auf Eier Och noch einer Lass es Meine Güte Also in der Richtung liegen auch meine Dings da oben Hm Von mich wenn ich da bin Da wieder drauf wahrscheinlich Und dann kann ich mich ja wegporten Wenn ich die Gegner getötet habe Darf ich halt nur nicht sterben jetzt Oder ich mach das halt jetzt Ah ich weiß ja eh dass hier die Höhle ist Warte mal Guck mal die Greys in der Höhle Dann kann ich mich da doch gleich reinporten Ah ist doch ne Idee Okay Also ich meine Rivers of Blood sieht ja schon geil aus die Waffe ne Aber mit meinen Blut zaubern wenn es mal wirklich irgendwas schwierigeres gibt Was bisher jetzt noch nicht der Fall war Also ich bin halt auch zu hoch glaube ich jetzt gerade für NG plus für das normale Aber ich war am Ende von dem anderen schon sehr sehr stark Und jetzt hab ich halt auch noch ne Kombo die Mit Blut und allem die halt richtig reinschlitzt Das ist komplett krank Könnt ihr direkt auf 100% machen die Waffe Und äh Hab halt ne Build die theoretisch danach so geht Eigentlich ganz geil Und hat neue Neues Moveset halt ne Macht mir hier auch ziemlich OP Da wird viel gesliced Und dadurch mit Blood auch noch zusammen Habe ich die richtige Wahl getroffen Find ich schon nice So komm ich da Ne von hier komm ich da gar nicht rüber ne Ich muss noch einen hoch Oh ne Deggy Da kann ich mich da einfach Ich kann mich nicht porten Das ist mega stressig Gehts Oh da muss ich ja komplett rum Pisst euch Hol das jetzt Reichts langsam Boom Ich bin halt auch ein fähiger Magier Actually Also Arcane bisschen Also was heißt ein bisschen Viel Arcane damage halt Ach Digger Das kannst du vom Pferderücken machen Oha Wusste ich nicht Ha Nie geguckt Ah fuck ne Ich will nicht direkt in den Bossfeld reingezogen werden Stimmt Machen wir danach Zuerst mal eine Scheiße wieder haben Und dann gehen wir kurz in die Mine Hier sind wir eigentlich noch gar nicht Da liegt sie Meine Scheiße Immer noch Zwei Bosse später Junge Ich jetzt hier sterbe ne Das ist hier ganz anders mit uns Die Seite ist aber eigentlich viel leichter runter zu gehen Die andere da musst du halt einen übel weiten Jump machen Okay Dann habe ich es ja eh jetzt eigentlich Ja safe Oh oh Gehen bitte Ja danke Okay So hier muss ich euch nöten Hier erstmal weg Ab noch Nervköpfe Warte mal Wie war das? Schwarm? Ging auf? Verfrisst die mal Der Schwarm macht ja nur mit Bleedprog irgendwann Damage Warte mal ich hab doch auch Flammen Ja so geht das So komme ich klar Ich wusste es nicht aber gegen Flugdinger und sowas ist gar nicht so bad Flug Animes So 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 Und dann Borte ich mich in den Tunnel von morgen Ja irre Ich bin auch noch plant So Aber wir wechseln mal wieder die Waffe bitte Genau Was ist das hier? Ich hab's mehr Okay Boah hier oben ist auch noch irgendein Stock weg Daran erinnere ich mich Oh Tim Vielen Dank für deinen Follow So Danke Bruder Wo ich den kurz zusammen latschen kann Hahaha Digga Spiele Stein Nicht zu viel bitte Nicht zu viel ist gut So runter gehen wir noch Na erstmal gehts hier noch weiter Ich erinnere Ich erinnere stark Ja Oh ja ich erinnere Ja dann eben auch schon tot oder so Das ist einfach zu viel Schaden für die Jungs Ich denke selbst wenn die mir die Bosse liefern wird das nichts bringen Ey man Ich bin einfach zu strong ich muss hier einfach durch spielen und dann ins nächste Die Mache Das ist einfach zufrieden und dann die Mache Bist du frech, oder? Okay, du bist frech. Mach mal ein scheiß Ding mit dir. Mach ich mir dein Leben, oder das Leben von anderen Leuten einfach wieder. Wenn der Boss-Room ist, dann machen wir den einfach. Aber ich glaube nicht. Oder ist das, nee, das ist der Drop-Off-Room. Ah, sind wir richtig. Hallo, ich bin's. Nee, nee. Oh, wow. Das ist ein Pfeildings. Ein Pfeildings von uns, ha? Ha, ha, ha? Einfach zu fast. Einfach zu fast. Was? Sind wir noch fleißig gearbeitet, wie ich höre? So, warte mal, da ging's weiter. Hier ging's nicht weiter. Hier ging's, oh, hier ging's dem Boss, glaube ich. Was machst du eigentlich, mein Sohn? Alle anderen sind tot. Hat sich gerade nochmal ein Schmiedestein eingesteckt für seine Waffe. Ja, hier ist der Boss-Room. Ja, das kann ja nicht die Wahrheit sein. Jetzt lenken wir mal kurz ab. Das ging. Und dann... Und dann... Ist das Magma-Wyrm? Digga, das ist ja anstrengend, wenn das Magma-Wyrm ist. Mal sehen. So, warte. Warte, warte, warte. Ich kam da raus, glaube ich. Hast du nur so'n Lager-Room? Ja. Mit welcher Baumwolle. Was sagt das so? Dann können wir ja doch direkt zum Boss. Oh. Was wird die Klinge schon mal warm machen? Nicht so, sondern so. Was ist das denn? Ich seh's nicht. Irgendwas Kleineres, wa? Was, was, was? Was? Äh? Echtes? Was erwartet denn sowas? Okay. Sit the fuck down, okay? Sit the fuck down. Digga, das war doch kein Boss. Einfach zieh so'n Mob. Ein bisschen stärker. Ey, Mann. Das hat mich jetzt nicht mehr als eine 6-Schlag-Kombo gekostet. Das ist hart. Das ist hart. Scheiße. Egal. So, dann da oben hin, wa? Kommen wir da nicht von der Brücke hier einfach rüber? Ja, ja. Ich glaube. Brücke dann da runter, dann da rein. Oh, dann da hoch. Pilgersöhnchen. Und dann noch, dann noch. Weil die Seite gefällt mir halt einfach. Das ist immer ganz ehrlich. Wenn man allein ist, kann man doch einfach mal ein bisschen rumporten. Stört keinen. Das geht schnell. So. Wo ist die Brücke? Ach, da unten, Digga. Hey, ich stehe in anderen Spots. Was ist das das? Hier sind wir richtig. Junge, Junge. Genau. Und Roba, würde ich sagen. Was ist das denn jetzt für ein Effekt? Was ist das denn jetzt für ein Effekt? Das hat gar keinen Sinn gemacht. Das ist eigentlich nur, wenn man halt bei diesen Luftströmen halt runterspringt, dass du keinen Schaden kriegst. Aber das war komisch. Dann gehen wir es zu 1 und 3. Ich sehe niemanden. Ich grüße Sie alle. Ich helfe mich. Oh, habt ihr wieder Rohwaffricht für mich? Wow, Herr, habt ihr auch dabei? Erkrank. Die Villager einfach. Ausgenommen. Ich bin Public Enemy? Nee, aber... Ich bin der Gunst. Nee, Grazie. Oh, mit Melanie sprechen muss ich? Moment. Ich grüße gerne an dich. Ich habe Interesse. Und dann, nach eurem Tod, gebe ich zurück, was ich einst nahm. Kehrt in das Zwischenland zurück. Ich bin in den Krieg, den Elden-Ding hoch erhoben. Ich bin eine neue Stärke im Angesicht des Todeskrieger meines Fürsten. Ich muss das vorführen. Das musste ich mir anhören. Gott, vielleicht kenne ich. Gott, ich werde auch noch gesliced in, wenn wir ungefähr 6 oder 8 geben. Das ist kein Problem für mich. Ich bin halt wirklich gespannt, wie hart die Story-Bosse aushalten, weil jetzt zum Beispiel sind wir schon über Story, so vom Schaden her, den die machen eigentlich und den die aushalten. So, Ruhe jetzt. Ähm, okay. Aber die Kirche ist das einzige, oder gibt es hier oben noch irgendwas Tolles? Nein. Geht nicht so toll aus, echt springen hier oben. Okay. Dann, weg mit dem. 3, kurz abchecken. Ich glaube, aber der geht es ganz normal runter dann in dem Bereich. Da wollte ich eigentlich noch nicht hin. Da müssen wir noch 2 und 5. Mal gucken. Geht es da wieder. Äh, hier geht es komplett runter. Wollte ich nicht mal hinreiten. Dann ist hier rechts auch nichts. Gehen wir direkt erstmal da hoch. Zum Arttree, dem kleinen. Kommen überall Baumköpfe raus. Diese hier. Baumkopf. Oh, ich grüße sie. Wo? Oh, ich war noch nicht im Port, Junge. Alles gut. Oh, doch nicht alles gut. Ihr macht ganz viel Schaden, Alter. Geil, das erste Mal. Ey, mein hat er Schaden gemacht. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Fand ich gut. Hat mir gefallen. Ich bin von dem gar nichts. Auch so ein bisschen Ehre. Oha. Aber hier ist noch irgendwo... Hier sind noch mehr Sachen. Ich erinnere. Weil diese toten Gefäße. Was hast du dabei? Oh, welch der Scherz? Okay. Den nehme ich mit. Oh, lass den Scheiß vom Besten. Deine eigene Sicherheit auch vor allem. Oh, wow. Ja, gut. Gut, bist rumgesprungen. Und jetzt? Machen wir jetzt? Hier ist doch noch Leben, oder? Sehen wir keinen. Ja, hier gibt's Leben. Und da sinkt wieder eine. Versteckt auch wieder eine 6er ohne. Ich kenn die da. Oh, das ist zu weit. Wo ist die Alte? Unter mir. Mit deiner Fresse. Ja, 6er ohne. Danke. Ich hab's mal weggesliced. Ich hab den Scheißgesang. Musst du sein. Ich hätte einfach nur Wörter mäßig gesungen. Ausgesprochen. Sagen wir's mal so, Allah. Ach, da ist wieder so ein Teil. Hey, warte mal. Oh, Mann. Geh doch nach Hause. Pferde menschlich. Und dann kommen wirk. Sehr gut. Sehr gut. Warte mal. Vor mir geht's aber vor mir geht's aber dann direkt in den Bereich. Da wollen wir noch nicht hin. Rückkehrliches Gebiet, Allah. Wer zieht hier? Achso, okay. Jetzt sieht hier irgendwas Feuer. Das sind die schwelenden, äh, wie heißen die? Schmetterlinge, genau. Ist das beides da komplett? Nee, ich wollte sagen, zwei ist da noch hier oben, oder nicht? Oder spinnig. Nee. So, ich muss da auch runter. Ach. Ach. Ah ja. Hier ist immer richtig. Muss, hat dir jemand eine Slicung bestellt, oder? Ich könnte schwören, er hat irgendwann eine Slicung bestellt. Vielleicht filmen wir denjenigen. Mal sehen. Oh, das sind voll die wasted Dinger. Rein damit. Egal. Ich warte, da liegt dir doch ein Item hier auf. Achso, hä? Das darf ich nicht nochmal haben? Was ist denn das? Ein einzigartiges gewesen? Das wüsste ich aber. Keiner steht hier wieder auf. Ja, irgendein einzigartiges, was weiß ich. Aber für mich waren sie jetzt hard wasted. Aber ich hatte auch noch welche über vom letzten Run. Man kann mehr kriegen, als es gibt. Also, als es benutzt in einem Run gibt. Das ist cool. ausrasten. Kommt da noch einer? Ist der einzige hier? Hä? Ist der einzige hier? Übel die dicke Verteidigung, die Jungs. Hör auf damit. Da oben muss ich hin. Verstanden. Gibt es hier eine Verteidigung? Oh, gibt es? Hey. Oh, alte Seite. Wie geht mir das? Pfeile? Immerhin. Was ist das schon wieder? Ich dachte, von hinten kommt heute was. Hier ist Feuer. Ja, ich höre dies. Ah, er. Zerrm push machen. Das ist ein bisschen peinlich gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Der letzte Kick, der ist abgebrochen, ne? Hast du dich nicht mehr getraut? Na ja. Immer wieder auf. Wenn ich auch noch einer? Bruder? Ja, aber sicher. Oh wow. Oh, immer noch. Die haben irgendwie nervig. Von der anderen sind sie peinlich. Oh, peinlich. So, da geht es in irgendeinen anderen Raum. What the fuck? Ich habe noch Steps hinter mir. Hier kommt eh gleich was, oder? Sehr gut. Danke, habe ich gekriegt. Oh. Weiter weg, weiter weg. Großmesser? Hatte ich das noch nicht? Das sah gerade so aus, sonst hätte ich das noch nicht gehabt. Maybe. Ich mache es mal den raus. Dann bringst du mich einmal bitte hoch, wenn ich mit dem Mann da oben reden kann. Oh nö, ist der Mann unten. Ah egal. Dann bleib da halt. Und da muss. make it open make it wide open zehn flaschen muss man eine saufen, wenn ich mal was wiederkriege die mich auch so, deswegen guckt mich das nicht auch noch kein spawn mehr haben wir gerade ausgegangen ich blute ja auch manchmal rum aber so verruhig dich doch mal eieiei es war ein ganz schönes spam battle gerade das hat mir gefallen daumen hoch ne ist so ganz schönes spam battle von seiner seite vor allem der war immer platz ich komplett vom blutverlust ich bin so jung, ach so, das war dieser Krallenteam das einzige was ihn stark macht, dass er diese 1er vom Wald hat, aber gut, dass ich direkt so viel Leben habe und meine Rüstung ist gar nicht mal so bad hat schon ziemlich gute Werte sorry Davises da unten war ich, dann können wir zu 3 und dann runter da geilo kann man nur durchlaufen, damit es weg ist nun wach sein, aaaaah, schlafen RP ok hast du das schon gesehen, meine build die ist gar nicht unfair, ne wenn du das noch nicht weißt, was hier los ist also für das erste ng ist es einfach zu stark aber deswegen versuche ich das jetzt versuche ich hier alle so ein bisschen wegzuschleißen das bock und bin ich hier bei Ruin und ich habe gesehen, hat sich richtig gelohnt dass ich 100% habe so mit den Orten weil wir werden ja alle wieder angezeigt übergeil wusste ich vorher halt auch nicht wird hier Salem gefoltert was soll das werden? Arschenhose oi 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 oder du willst doch eigentlich ein paar Dritte ey du willst doch ein paar Dritte abriegen oder nicht? ja der hittet immer wieder nicht, aber der hier haha Dritte RP hahaha ah heilige mariamutter nö nö das ist auch nur das was mich komplett ausmacht gerade ich spiele ein Blatt so Ninja eher Blood Assassin das sind es gibt verschiedene Arten von OP das Ding ist die Schläge an sich klar wie schnell man schlägt ist stark aber die helfen dir nicht das ist einfach nur ein Moveset das ist die Waffe ich habe ja auch noch Blood also ich habe ja Rivers of Blood noch dazu nutze halt die Fähigkeit auch ab und zu aber relativ selten und ähm ja und ich brauche die halt erstmal noch nicht aber das liegt halt auch daran dass ich meine ich habe perfekt auf Rivers of Blood geskillt mit Blutzaubern also ich bin halt auch noch nebenbei hauptberuflich komplett krasser Blut- und Feuermagier haha aber die nutze ich halt nicht so oft weil es ist voll langweilig hier einfach reine Schlitze finde die Rissi nice die hätte ich mir selber halt angepasst so das sind mehrere Parts die ich zusammengesetzt habe die eigentlich nicht zusammen gehören genau so soll es auch aussehen so soll es auch aussehen so soll es auch aussehen ich bin auch viel zu hoch Digga wir beide haben einen neuen Charakter der hier war 188 wo ich angefangen habe das ist schon zu hoch für einen NGP ich habe doch damals beendet wo ich richtig OP war das ist halt einfach viel zu hoch das ist einfach mein Problem aber das passt schon das hat einen geilen Vibe so weißt du ich spiel halt einfach so das hier so ein Spaß playthrough weil der nächste wird ja dann wenigstens bisschen härter und dann spiel ich mir immer ein paar Mods durch weißt du warum nicht da unten gib mal Rüstung nicht eure Schwerter aber Rüstung aber ich glaube die habe ich auch was ist das am besten soo ne wenn du da bist soo dann müsste ich halt alles wieder einmal ummodeln aber ich denke das kriege ich hin ich habe nämlich ein Backup komplett davon gemacht und füge dann einfach die Dateien sozusagen stattdessen wieder drauf. Das kriegen wir schnell. So. Was würde ich machen? Gar nichts hier, oder? Ich würde hier nur noch die Punkte hier einmal abgrasen. Also diese halbe Insel hier, wie du siehst, das dauert nicht lange bei mir. Und dann, ja. Ich würde mal reingehen. Ja, bei Höhle, da muss doch auch ein Dings drin gewesen sein. Oh, geil. Und abgeschiedene Hände, Leute. Von der Rückkehr kann man auch noch am Ende nehmen. Dann porten wir noch kurz und dann sind wir raus. Ja, ja. Okay, perfekt. Ja, dann mach mal. Die Dreier ist auch noch gemacht. Hoff damit. So. Amt. Müsst ihr mal zur Höhle? Entschuldigen Sie. Das schon wieder, ja? Dunkle AP. Na, super. Hier waren wir doch gestern oder vorgestern, oh Gott. Ja, ja. Aber ich darf mich nicht in der Scheiße rollen. So gift ich mich komplett. Oh, ii, äh, äh. Bastard. Ich muss dich prügeln. Ich habe ja nichts auf Fernkampf, ne? Obwohl ich könnte fliegen, schwer mal checken, aber die töten, glaube ich nicht. Können wir mal probieren, ganz kurz. Äh, äh, äh. Hä, fette Zerfressung. Warum stirbst du nicht dich ein? Ich komme mit den anderen Dinger nicht so weit. Sonst habe ich nur Nahkampfdinger. Scheiße. Das ist eine Scheiße, ist das. Äh, nö. Finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so nett von euch. Aua. Aua, aua. Ich werde hier in die Suppe rollen, Alter. Ey. Jetzt muss ich hier in die Suppe rollen. Geht nicht anders. Ich habe eh 100 Items dagegen noch, aber... Mann. Könnte nicht vergiftet werden. Das nervt. Das wäre nicht genug Leben für euren ganzen Spaß hier, wie man sieht. Was die normalen Katana-Kombos, gerade ich gemacht habe. Die rohen. Leute. Geh mich. Heile mich von allen leiden. Hier geht es irgendwo runter. Die Höhle war voll anstrengend. Ich erinnere mich. Okay, also rechts, äh, weiß ich nicht. Links, äh, oder ja, gibt noch einen anderen Weg. Kann man da wieder hoch suchen? Ja, perfekt. Lass das. Finish. Vergiftet. Bleibe ich auch bis zum Ende jetzt. Oh. Aua. Bitte nicht. Ist er hier gerade anvisiert in der Wand? Wann muss es fungieren? War ja schon Boss-Room. Ei, ei, ei. Ach so. Du, Alte. Nein, nein, nein. Ihr seid eh One-Shot. Oh Gott. Hör auf, was. Ne. Das gibt's ja nicht. Smaragde-Bernstein-Medaillon. Medaillon. Okay. Gehen wir nochmal zu der anderen Seite da. Dann kriegen wir bestimmt den Scheiß her. Let's go. Da wird das Item sein, oder? Ah, Fettrate wird hier auf jeden Fall sein. Ne, ne. Warum war ich da gekickt, das ist versehen? Junge, hör doch mal auf. Du dumpf, oder was? Komm ich zu beißen. Der Ekelhaft. Mann. So, hier musst du... Ich bin doch nur wegen dem Item. Was bist du? Ja. Aedornblad. Gibt's noch einen anderen Weg? Ich glaube, es gab nur einen, oder? Oder gab's keinen? Ich weiß es nicht. Das MC Rattleson auf jeden Fall. Der will doch reinbeten, oder? Hoffentlich will er das. Ja, will er. Und seine Fam, aber der hat es nicht viel gebracht. Hier vorne war ich nur mich. Ups. Und wir giftet, aber jetzt ist es egal. Bin ich ja hier raus. Hier bin ich ja hier lang. Hier lang. Genau. Muss ich noch mal gucken. Nicht da, sondern da hinten lang. Ach, Homio, Junge. Ich glaube, es knallt hier langsam. Weg mit dem Marker. Schöpfer. Schöpfer. Aha. Jetzt wollte ich nur, ach so, wait, war unter den Hexenflur hin, das hab ich da schon mal weggemacht. Okay. Okay. Nee, da reite ich jetzt mal vorbei und bei dem anderen hier. Dann sind wir durch. Obwohl, egal. So müssen wir dann. Geht er schnell. Eins ist das störende. Das ist bloß drei eigentlich. Das ist noch unten eigentlich. Wir machen jetzt mal kurz hier den Drive-Buy. Mann, ey, Digga. Komm, steh mit deinem Scheißer. Nee, nee, ja. Bitte. Oh, sit the fuck down. Was machst du denn wohl immer hier? Bitch. Ich will dich ja gegen wehrt, dass ich deine Scheiß-Hast-Den-Korallen da wegmache. So, warte. Ich hiel mich da durch. Die Scheiße da hinwegmache. Ist schon witzig. Komm. Ja, genau. Du auch. Was? Was ist denn da oder was machst du da? Nee, du bist so peinlich, ne? Oh. So, clean. Setz jetzt hin. Genau. So, können wir weiter machen. Darum war ich da schon, ne? Den dann nehme ich immer noch mit auf Danke. Und bleib unten! Geilo. Die Fixer. Diesen anstrengend. Oh, nö, Digga. Nur deshalb. Nichts gehen hier der Richter. Oh, er hier auch, Alter. Irgendwie wenn ihr richtig ernst macht, ne? Mit einem Loot. So, und du? Was war das jetzt eben? Hm. Ich weiß es nicht, was das war. Komisch. Naja. Das ist ja alles giftig schon wieder. Mann. Sorcerer ist Ellen. Will ich das wegmachen so? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ich weiß. Oh, Sorcerer ist. Ja, ich, äh, wie gesagt, mache jetzt noch die letzten zwei Spots. Hier einmal die Hürde. Und dann noch da hinten den Turm der Rücke einmal kurz den Teleport nutzen und dann gehe ich raus. Gucken, wo ich lande. Äh, äh. Könntest du, wie du mir helfen kannst? Ah, hier gibt es die Laterne bei ihm, hast du? Könntest du mir so helfen? So kannst du mir helfen, tatsächlich. So könntest du mir noch helfen. Und einfach, einfach so. Könntest du mir auch noch helfen? Einfach so. Ja, ja. So, sonst irgendwas? Ist nicht. Na, noch einmal den Fünfer. Ist das in der Richtung? Warum? Der Turm. 2, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 18, 9, 9, 11, 10, 16, 12, 18, 20, oder? Einfach neu so. Es ist lambda turmoil. Arme Pferde Oh, Schild! Sohne man, der erste, der wir müssen uns aushalten Vielleicht kommt das ja noch Sohne man Und weg, wo auch immer das hingeht Einfach mal treiben lassen Achja, in der sind wir, stimmt In der Königlichen Oh, ist mir viel zu weit Alles gut, da muss ich eigentlich nur zu einer Greystone oben und dann kann ich wieder zwischen Ach du Madden, da werden wir mir was erzählen wieder Gut, dann nächstes mal, warte mal, unten war ich da so ziemlich durch Ja, ich denke Ja, dann kann ich ja nächstes mal hier oben so ein bisschen rumspreunern, hier oben so Und dann vielleicht anfangen Khaled Mal gucken Khaled ist eigentlich später Deswegen Na gut Dann Vor dem Tor Dann kann ich da auslogieren Entscheint, also meine normalen Save-Darts hat er auf jeden Fall immer ganz normal hier Kann ich immer easy spielen Ich hoffe, dass die halt, wie gesagt, dass die Korps-Savedart halt irgendwie eine andere ist Aber er legt ja eigentlich eine andere an, deswegen Dann Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020